hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal ich wünsche allen erst mal noch ein gesundes neues jahr ja und melde mich heute direkt aus spanien man kann es mal hier so sehen das ist so meine neue strecke ich fahre jetzt von spanien hoch nach schweden nach ajeplug da oben sind teststrecken und hier unten ist auch eine teststrecke und da habe ich jetzt versuchsfahrzeuge geladen am samstag habe dort wochenende gemacht und fahre jetzt eben die strecke da hoch die runterfahrt letzte woche war auch sehr interessant tat ich in deutschland erst eine inlandstour und dann habe ich fahrzeuge geladen die gingen runter nach norditalien hatte ich zwei abladestellen und bin dann von dort aus leer hier runter gefahren und weil das ja nicht so schlimm ist sind wir hier zu zweit sogar unterwegs mein kollege der kam aus der schweiz leer hier runter und der ist jetzt gerade hinter mir und hat auch diese versuchsfahrzeuge geladen und da werden assistenzsysteme drin getestet für reisemobile die auf diese fahrzeugklassen mit diesen aufbauten abgestimmt werden und jetzt getestet und versucht werden also neue geräte und damit man da dann auch eben diese notbremsassistenten und regelabstandstempomaten und so drin hat er ist dahinten da ist er mit seinem skater hinter mir ja wir hatten also zusammen das wochenende gemacht das war einmal so wie heute blauer himmel sonne wunderbar wir haben jetzt allerdings fünf grad wir hatten das ganze wochenende so neun grad aber sehr starken wind war schon sehr stürmisch war also nicht so angenehm war also sehr kühl dafür war das wetter wenigstens angenehm und trocken und schön es ist ja doch schön wenn man sonne hat und blauen himmel das ist ja doch ein ganz anderes gefühl als bei uns immer dieses graue triste und mit meinem oral da ist im moment gerade winterpause ich muss erst mal sehen dass mein kumpel da ein bisschen mehr zeit hat der hat momentan auch sehr viel zu tun und wir müssen ja bei ihm in die halle rein und wenn er da keinen platz hat ist das natürlich schlecht weil bei dem wetter bei uns draußen kann man einfach nicht die bremsen machen das ist einfach doof da die ganzen räder und da steck axel raus naja ihr wisst ja bescheid habe ich ja schon oft genug erzählt ja da ist jetzt momentan erst mal gar nichts auch isolationsmaterial ist schon da für die kabine noch um den rest fertig zu machen das hat ein kumpel besorgt jetzt brauche ich nur noch welches für den koffer da muss ich aber mir erst mal im klaren sein wo ich noch das eine fenster ein baue damit ich das erst mal rausschneide und das geht jetzt zurzeit auch nicht also das ist dann auch mehr so geschichte früher wenn es ja wieder trockener ist fenster besorgt und dann wird das eigentlich ausgeschnitten eingebaut damit das alles wieder ruhig ist und wenn das drin ist dann kann ich isolieren und dann werden die in verkleidung gemacht und dann kommt der möbel ausbau also ist der plan steht schon in meinem kopf nur die umsetzung der hapert ist halt noch so ein bisschen war das auch zeitlich bei mir hat wie gesagt sehr sehr begrenzt ist wenn man hier mal unterwegs ist das werden jetzt mal diesmal drei drei wochen statt immer nur die zwölf tage ist ja klar letzte woche unterwegs da waren es nur vier tage na gut ich bin bis samstag gefahren bis samstagabend waren sind für mich dann auch fünf und jetzt die woche und dann die nächste woche auch weil wir erst nächste woche montag ausladen können da oben und da freue ich mich natürlich schon auf den winter drauf mit dem ganzen schnee und offenbar ist nicht ganz so kalt die letzte woche da waren es ja minus 35 diese woche soll es wieder hoch gehen auf minus zwölf und mir hat man ja auch nicht gesagt wo es hingeht das war ja so eine überraschungstour das hat man natürlich auch nicht die passenden sachen für da oben bei ist natürlich ein bisschen doof und dann wäre es natürlich angenehm wenn es nicht ganz so kalt ist wobei ich gegen kälte ja nichts habe nur wenn man das passende schuhwerk dann hat statt halb schuhe dann auch hohe schuhe dann wäre das natürlich schöner bei dem schnee aber gut wir lassen uns einfach mal überraschen wie es wird und jetzt machen wir erstmal etwas über 3800 kilometer hoch und dann gibt es ab und zu mal wieder ein update dieses jahr wird es dann mal hoffe ich mal ein bisschen mehr auf meinem kanal entweder hier von meiner arbeit da wo ich am meisten bin hier immer oder eben dann wieder vom ural wenn es da dann wieder freudestrahlend weiter geht und so typisch spanisch alles kahl und karg und steppe aber es hat was das ist einerseits nicht schlecht ich war nie so ein großer spanienfreund mittlerweile habe ich so einen leichten gefallen gefahren gefunden weil mir doch die gegenden sehr gut gefallen also die berge und steppen und so wo man hier so schön mit meinem mountainbike unterwegs sein kann wenn es dann wärmer ist und nicht so stürmisch das macht dann schon spaß oder wo man auch wandern kann laufen kann das ist schon schön also landschaftlich gefällt mir das einerseits ganz gut gerade denn wenn man so in den bergen ist andererseits bin ich nicht so unbedingt der mensch der jetzt jedes mal hier runter muss das ist dann doch nicht so mein ding aber gut wir fahren dahin wo wir hin sollen das ist mein beruf den mache ich gerne und wenn es mich dahin schlägt schlägt es mich dahin so jetzt genug gequatscht also update folgt bis dann viel spaß und habt noch einen schönen tag ciao